Viele Programmiereinsteiger kennen das folgende Szenario. Man fängt an Programmieren zu lernen, man macht direkt gute Fortschritte und es macht auch wirklich Spaß die verschiedenen einfachen Grundlagen der Programmierung zu lernen. Ab einem gewissen Punkt merkt man aber, dass man langsamer wird. Die Themen werden zwar spannender, aber auch komplexer und oft frustriert man dann daran, dass man nicht mehr so schnell spürbare Fortschritte macht, wie das eben noch zu Beginn des Lernwegs der Fall war. Den meisten Programmiereinsteigern kann es generell auch nicht schnell genug gehen, denn je mehr man über die Programmierung lernt, desto coolere Programme kann man bauen und desto schneller ist man auch beim Umsetzen der eigenen Ideen. Die große Frage ist also, wie lerne ich schneller programmieren? Was für Möglichkeiten gibt es, den Lernweg zu verkürzen und wie kann ich mir diesen insgesamt einfacher machen? In diesem Video werde ich dir ein paar Tipps geben, mit denen du schnell zu Ergebnissen kommst. Bevor ich das allerdings mache, kann ich dir direkt etwas anbieten, womit du wirklich super schnell und auf die allereinfachste Art und Weise überhaupt das Programmieren lernen wirst. Und zwar Programmieren, Starten, Premium. Darin hast du Zugriff auf all unsere extrem umfangreichen Videokurse zu den unterschiedlichsten Programmiersprachen und du hast die Möglichkeit, dich in unserem exklusiven Community-Forum mit anderen Entwicklern auszutauschen, Fragen zu stellen und vieles mehr. Programmieren, Starten, Premium ist wirklich eine einfache deutsche Komplettlösung für das Programmieren lernen und du kannst das Ganze auch sieben Tage lang kostenlos testen. Ein Link dazu ist in der Videobeschreibung. Die Anmeldung ist super schnell, du kannst dich ja einfach mal selbst davon überzeugen. So, fangen wir also mal an mit den Tipps. Mein erster Tipp, um deine Lerngeschwindigkeit zu erhöhen, ist ein ganz einfacher, aber auch ein sehr, sehr effektiver. Behalte deinen Fokus. Was meine ich damit? Ein sehr großes Problem, das wirklich viele Programmiereinsteiger haben, ist, dass sie versuchen, zu viele verschiedene Dinge auf einmal zu lernen. Ich habe persönlich die Erfahrung gemacht, dass es eine Falle ist, sich mit zu vielen Dingen auf einmal im Leben zu beschäftigen. Denn Fokus ist wirklich das beste Mittel zum Erfolg. Natürlich kann man sich hier und da auch in anderen Gebieten umschauen und ständig offen bleiben für Neues, aber ein starker Fokus auf einer Sache, die einen wirklich am meisten interessiert, ist das effektivste Mittel, um schnell Erfolge verbuchen zu können. Beschäftigt euch also nicht jede Woche mit irgendwas Neuem. Bleibt bei einer Sache, fokussiert euch da drauf und werdet bei dieser Sache richtig gut. Und in der Programmierwelt insgesamt gibt es so viele verschiedene Themen, die man lernen kann. Da sollte man sich erstmal auf eine fokussieren und diese richtig lernen, bevor man jetzt irgendwie tausend Sachen gleichzeitig lernt und eben keine davon so wirklich richtig. Das ist frustrierend und bremst natürlich auch den Lernfortschritt. Tipp Nummer zwei, Regelmäßigkeit ist besser, als sich in einer Lernsession auszubrennen. Ein Fehler, den ich leider immer wieder beobachten kann, ist, dass Programmiereinsteiger ein wenig überhypt sind auf das Programmieren lernen und in kurzer Zeit versuchen, extrem viel auf einmal zu lernen beziehungsweise in einer sehr, sehr langen Session zu lernen. Und das ist zwar erstmal cool, weil man dabei schnell sehr viel geschafft kriegt, aber man brennt sich auch ziemlich schnell aus auf diese Weise und braucht dann erstmal eine richtig lange Pause beziehungsweise verliert generell für eine Weile die Lust auf das Thema. Das stört bei der langfristigen Motivation, die es auf jeden Fall braucht, um ordentlich programmieren zu lernen. Lernt also lieber in kürzeren Sessions, dafür aber in regelmäßigen. Plant euch eure Lernzeit vielleicht sogar in euren Tagesplan mit ein, damit ihr eine gewisse Routine aufbauen könnt. Glaubt mir, auf diese Art lernt ihr wesentlich schneller und es ist auch viel angenehmer so. Und Tipp Nummer 3, lerne deine Suchmaschine zu verwenden. Das klingt jetzt erstmal vielleicht ein bisschen bescheuert, aber glaubt mir, die Fähigkeit richtig zu googeln oder zu bingen oder dackdacken, was auch immer für eine Suchmaschine ihr verwendet, gehört zu den wichtigsten Fähigkeiten eines Programmierers. Ihr könnt über das Programmieren nicht alles wissen. Die Programmierwelt ist sehr umfangreich und einige Themen sind auch sehr komplex. Wenn ihr mit einer Lernressource versucht, ein bestimmtes Konzept zu verstehen und das Gefühl habt, dass ihr es nicht ganz verstanden habt, dann sucht im Internet nach weiteren Quellen, um dieses spezifische Konzept genauer kennenzulernen. Und macht das generell immer, wenn ihr irgendetwas nicht versteht. Die Möglichkeit, nach allem, was es auf der Welt gibt, einfach schnell googeln zu können, wird von vielen Leuten leider immer noch massiv unterschätzt. Und eigentlich ist das einfach nur komplett krass, wenn man mal so drüber nachdenkt. Ihr müsst nicht mehr in eine Bücherei gehen und nach einem Buch suchen, nur um eine bestimmte Sache schnell zu verstehen. Ihr schreibt in eurem Browser einfach eine Zeile und bekommt auf jede Frage, die ihr habt, eine Antwort. So selbstverständlich, wie das heutzutage auch sein mag, haltet euch immer vor Augen, was das eigentlich für ein harter Gamechanger ist und nutzt diese Möglichkeit wirklich komplett aus. Wenn ihr also mal was nicht versteht irgendwo, wenn ihr irgendwas liest oder ein Video schaut oder generell irgendwas lernen möchtet und ihr versteht diese Sache einfach bei einer Quelle noch nicht, dann nehmt das nicht einfach so hin und sagt so, ja gut, habe ich jetzt nicht verstanden, ab zum nächsten Thema, sondern gebt einfach nochmal dieses Thema in eure Suchmaschine ein und schaut, ob ihr es bei einer anderen Quelle vielleicht besser verstehen könnt. Denn wenn eine Sache den Lernfortschritt beim Programmieren lernen bremst, dann sind das Wissenslücken gerade bei den Grundlagen. Nehmt es also nie hin, dass ihr ein Thema einfach bei einer Quelle jetzt nicht ganz verstanden habt und googelt im Notfall einfach nochmal nach einer anderen Quelle und schaut, ob ihr es woanders besser versteht. Es ist ganz wichtig, dass ihr keine Lücken bildet in eurem Wissen über die Programmierung, denn diese Lücken, wie bereits erwähnt, sorgen dafür, dass ihr langsamer Fortschritte macht. Ich hoffe, diese drei Tipps haben euch geholfen. Wenn ihr sie anwendet, dann werdet ihr wesentlich schneller programmieren lernen, weil ihr euren Kopf nicht unnötig vollstopft mit viel zu vielen Dingen auf einmal, ihr nicht zu schnell ausbrennt und die Möglichkeiten des modernen Internets vollends ausnutzt. Habt ihr noch weitere Ideen, wie man seine Lerngeschwindigkeit erhöhen kann, dann schreibt es uns doch mal in die Kommentare, würde mich auf jeden Fall interessieren. Und guckt euch auf jeden Fall mal Programmieren starten Premium an, denn damit könnt ihr wirklich super schnell und vor allem super einfach das Programmieren lernen. Schon tausende Menschen haben durch unsere Kurse das Programmieren gelernt und wenn du das auch möchtest, Link ist in der Videobeschreibung. In diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns doch einen Daumen nach oben und falls ihr keine weiteren Videos mehr verpassen möchtet, dann abonniert doch auch den Kanal. Wir bringen regelmäßige programmierbezogene Videos wie dieses hier und wenn das genau euer Ding ist, dann abonniert auf jeden Fall den Kanal. Ihr werdet es nicht bereuen. Ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß beim Programmieren und verabschiede mich. Auf Wiedersehen.